was wäre denn wenn ich jetzt sage wir machen das jetzt mal anders und zwar keine ahnung so es gefällt mir nicht dass das nicht auf der linie ist mit den anderen also wieder weg aber so könnte es eventuell klappen kann ich das jetzt nämlich hier oben ran setzen und wenn ich jetzt sage wir machen das ich habe das wieder ich habe das wieder falsch rum gebaut also so dann geht das auch ok warte um das jetzt so schnell so kurz wie möglich zu improvisieren um mache ich das jetzt lieber erstmal so jetzt ist nämlich die frage kann ich da wenn das jetzt hier so nah dran steht so ein teil ran bauen ja das könnte ich das kommt aber mit dem mit dem band da da kommt das durcheinander ja das passt aber so oder so nicht warte mal wie wäre das dann wenn ich jetzt hier noch so ein teil zwischen hätte ja ok das bringt mir gar nichts ja und das ist genau so ein quatsch das ist genau das meine ich nämlich jetzt habe ich wieder so gebaut dass ich wieder hart improvisieren muss damit alles zum ende hin funktioniert aber wenigstens haben wir das hier schon fertig und das kann man sich jetzt zwar angucken ist in anführungsstrichen hübsch aber ich weiß noch nicht so genau ich werde es wahrscheinlich zurückbauen und dann mit dem mit dem förderband arbeiten wie 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 war das wenn ich das wenn ich das lassen würde wie das vorher war dann wäre hier kurz davor 1 quasi wäre das dann hier da so jetzt gucke ich mal ob ich das verbunden bekomme von unten trotz des ganzen krams das könnte ich auch machen aber das möchte ich nicht wie ist es so ja ok dass das geht natürlich nicht wie wäre es wenn der splitter weiter hinten stehen würde zum beispiel hier so dann schneidet sich dann dann schneidet das dadurch und aber auch durch dieses förderband hier das bedeutet das ist auch keine option aber ich könnte diese einfach eine etage höher setzen aber ich könnte diese einfach eine etage höher setzen ähm und zwar und zwar ich meine ich muss das ja auch mit dem kram da irgendwie unter einen hut kriegen also wenn ich es so mache dann wird es passen unten gut jetzt ist die frage wie es hier oben ist hier oben habe ich nämlich nur so ein so ein halbes fundament aber unter umständen könnte das klappen ähm genau warte was ist jetzt hier grad genau das ist der plan hauen wir das hier weg hauen das hier vor da muss ich dann da noch so ein zwischenteil reinpacken ok das habe ich verstanden aber wenn ich jetzt den von da oben das passt nämlich nicht und wie wäre es jetzt wenn ich hier das fundament tausche und zwar mit diesem 1 m fundament das mache ich hier jetzt auch mal so das ding hier brauche ich ja noch nicht versuchen wir es mal ach das ist trotzdem noch so weil ähm warte das muss es ja auch da muss es ja auch eine dünne version von geben von diesen dingern so also wenn ich jetzt sage das ding soll keine ahnung hier hin passt es dann ja dann würde es passen ja dann würde es passen ok ich lasse das einfach mal so stehen denn jetzt gerade habe ich echt einen harten knoten im kopf und wenn ihr wissen wollt wie ich das löse dann schaltet ihr in der nächsten folge wieder ein die kommt morgen tschüss und also Ill